Liebe Leute, willkommen zum ersten internationalen Scheisstag. Ihr seht, wie wir das hier feiern in Argentinien. 28. November, heute wäre eigentlich März gewesen. Ich kann nichts verdienen heute. Es regnet. Und ja, ihr wisst auch, wir haben Muttertag, Vatertag. Ohne Mieter, ohne Väter können wir nicht leben. Natürlich können wir auch nicht leben ohne zu kacken. Wie feiert man den internationalen Scheisstag? Natürlich gibt es ein neues WC-Bürstchen. Man kann das Bad putzen. Es gibt Brauneis. Der Sekt ist schon im Eiskasten. Und ja, so wird von jetzt an immer am 28. November der erste internationale Scheisstag gefeiert. Und da liebe Grüße aus dem prägnischen Argentinien. Eigentlich mitten im Sommer, aber wie Glück im Scheisstag. Tag er zumindest ist es gilt. Tag erz�ut zur die Tasi. Tag erzelt ist, der Sektag gibt es, wir können das, die Tasi. Und das ist natürlich als 0,5. Im Netz. Tag erzelt im Grundeim uploaden.